Welcome back Leute, mein Name ist Ultra und heute gibt es mal etwas anderes und zwar Rocket League in Videoform. Äh, ja, das ist jetzt nichts Spontanes oder so, ich muss jetzt auch schnell reden und mich beeilen, weil es ist jetzt 10 Uhr 29. Ich muss noch alles cutten und so weiter und so weiter. Ähm, ja. Es könnte sein, dass ich vergessen habe, die ganze Woche lang ein Video aufzunehmen. Könnte vielleicht sein, deswegen labere ich jetzt nicht lange rum, haut rein, bis gleich, ciao. So Leute, da sind wir auch schon. Äh, ja, könnte vielleicht sein, dass ich vergessen habe, die letzten Tage was aufzunehmen und wir es jetzt, äh, halb 10 haben und ich jetzt mal schnell ein Video rausholen muss, aber, ja gut, spielen wir erstmal ein bisschen eins gegen eins. Jawoll, hehehe. Geil, Digga. Ich weiß ja nicht, wie man richtig boostet oder, eh. Na, jetzt weiß es. Oh, Digga, Geil, halt. Falsche Richtung. Digga, was mach ich? Digga, ich spiel absolut in die falsche Richtung. Der Scheiße hat den Boost. Digga, es könnte ein Tor werden. Okay. Scheiße. Digga. Scheiße. Der macht das Ding. Nein, der macht das Ding nicht. Fuck, der macht das Ding. Ja, fuck it. Digga, hab ich grad schlecht gespielt, Alter. Jawoll. Er ist die fast verloren, Alter. Lul. Alter, der hätte den noch rausgespielt. Leben wäre vorbei. Alter, was ist mit ihm? Guck dir ihn an. Wie fährt er? Was hat der mich mit dem Trick kriegt, Alter? Na, scheiße. Na, dafür kann ich das noch zu wenig. Boah, Alter, Digga. Hättet ihr jetzt mal ein Face sehen können, Alter. Ui, 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 ui. Bisschen Boyhandling verkackt, aber geht schon. Da wartet. Da hab ich's ein bisschen verkackt. Aber ich hab's noch gerettet. Ich werde weiß, dass ich so kommen, aber nein. Jetzt komm ich mit dem Move. Ah, fuck. Verkackt. Was war jetzt meine Mission, Digga? Warum hab ich den Hunderter nicht genommen? Ah, ja, den noch nicht. Scheiße. Ich muss aufhören, die ganze Zeit mit Ballkamera zu spielen, wenn ich's nicht kann. Fuck it. Alter, das ist nicht mal knapp. Ich mach mal fast ein Eigentor. Was ist denn mit mir? Playt sein Urgroßonkel. Let's go, Digga. Schaut es euch an. Einfach nochmal schön hochgespielt. GG. GG, Digga. Vielleicht kommt das auch nicht so gut an. Wer weiß, aber ich mag Rocket League. Ist mir scheißegal, wie's dann ankommt. Scheiße. Weio, weio, weio. Ausnutzen. Ja, richtig perfekt ausgenutzt, Digga. Let's go. Let's go, Digga. Ah, fuck. Scheiße. Ja, scheiße, Digga. Ja, scheiß drauf. Alter, wer ist ein Tor geworden? Äh, Digga. Okay, let's go. GG, Digga. Digga, was ist mit dir? Nein, nein. Oh, Digga, was macht er denn? Let's go. GG, Digga. Was ist mit dir? Alter, was macht der? Alter, er kickt den Ball einfach komplett in meine Richtung. Stimme geht wieder maximal hoch. Ja, Moin, Digga. Nein, Leute, das ist kein Bot. Ihr habt's gesehen. Ich bin auf 1 vs. 1 gegangen. Digga. Was ist? Ja, Moin, Digga. Ja, Moin. GG. GG. Wir spielen nochmal eine Runde. Die Runde wird jetzt aber hart. Da ich nämlich die letzte Runde gewonnen habe, das ist immer so. Immer. Wenn man eine Runde gewonnen hat, die nächste wird scheiße. Das läuft. Das ist halt sogar der... Jetzt sehe ich wieder derselbe, hä? Hä? What the fuck? Ne? Ah, scheiße. Oh, Digga. GG. GG. Wie habe ich den getroffen? Alter, Leute, guckt mal, wie knapp das war. Digga. Digga. Aber wenn er... Wenn ich die Sieg durch Aufgabe gewonnen habe. Ja, das war scheiße, Digga. Das war unnormal scheiße. Wie kann er dann noch spielen? So, er hat ja aufgegeben. Das war ein tolles Ding. Und wenn er die Sieg durchgezogen hat. Und wenn er die Sieg durchgeführt hat. Und wenn ich die Sieg durchgeführt hat. Und wenn ich die Sieg durchgeführt hat. Ist doch ein tolles Ding. Jetzt. Das war's. F**k. Das war's. Scheiße Nein Was mache ich? Was mache ich? Nein Nein, nein, ist mir nicht passiert Ist mir nicht passiert Digga, das kannst du mir nicht erzählen Jetzt kannst du doch niemanden erzählen Dass mir das gerade passiert ist Digga, was ist mit ihm? Okay, das schauen wir uns jetzt an Das schauen wir uns jetzt an, Alter Digga, was ist mit ihm? Er spricht kaum blöd vorbei Aber ein tolles Versuch, muss ich echt sagen Okay, Digga Ah, das geht Ja, danke, Digga Oh, Scheiße, du musst du vorlaufen, Alter Ui Nein 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 Nö Äh, Scheiße Ah, GG, Digga GG Fuck it Ah, fuck Aber das war ein geiles Tor, Digga Was ist jetzt mit ihm los? Äh, okay Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Aber trotzdem war das heftig, Alter Aber trotzdem war das heftig, Alter Sorry Ja, komm Wir versuchen es mal Ja, ich habe das heftig, Alter Ja, ich habe das heftig, Alter Das, das war das heftig, Alter Aber das ist ein bisschen Ich hätte nicht da hinspringen dürfen, ich hätte nicht da hinspringen dürfen, guck hin, wär ich da nicht hinsprungen hätte, absolut verkackt, scheiße, nö. Oohohohohohohohoho Hahah Mies digga Mies, let's go. let's goooo let's gooooo Let´s go! Also irgendwie! Ah Scheiße! Oh fuck! Ich hätte es ausnutzen können. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Digga, so los bin noch nicht mal ich. Guckt ihn euch an, als ob ihr diesen Trick noch nicht kennt. Tja. So Leute, das war´s mit dem Video. Tut mir leid, dass es nicht so gut gecuttet war. Aber wie gesagt, ich habe kaum Zeit noch. Äh, ja was soll ich noch großartig sagen. Schaut am Mittwoch wieder vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und tschau! So. 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 So.